Mein Lieblingsbuch. 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 Wir haben eine Herausforderung an alle Lesebegeisterten gestellt. 20 Sekunden Buch. Wer schafft es, ein Lieblingsbuch in 20 Sekunden nachzuerzählen? Ohne Titel, Autor oder Hauptfiguren zu nennen. Und wer errät es hinterher? Wir hatten ja mit einigem gerechnet, aber unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Unsere Buchfans haben über 500 Videos eingereicht. Über 60.000 Mal am Gewinnspiel teilgenommen. Und unglaubliche 91.000 Minuten mit dem Anschauen der Videos verbracht. Das sind 63 Tage. Oder etwa 257.646 mal 20 Sekunden. Wir sind überwältigt. So viele Geschichten erzählt voller Kreativität und Leidenschaft. Mein Lieblingsbuch ist ein Science-Fiction-Fantasy-Buch und geht um Alien. Ich melde mich freiwillig. Sie ist eine Halbelfe und muss mit ihm das Reich der Elfen wieder vereinen. Und dann gibt es auch noch ihre magischen, starken Feinde, die nicht zu verachten sind. Ach du Schreck, ich habe mich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt. In diesem Buch geht es nicht um die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern vor allem auch um die Liebe zu Büchern. Wir sagen Danke. Ja. Bam, bam, bam. Verdammt. Und wiedergummig. Vielen Dank.